Hallo, ich bin Johannes, ich bin dualer Student bei e-Poloc und wir suchen wieder neue duale Studenten. Mir gefällt besonders bei e-Poloc, dass man hier sehr flexibel sein kann und viel Verantwortung bekommt und seine eigenen Aufgaben machen kann und schon viele Projekte mit einbezogen wird. Bei e-Poloc haben wir verschiedene Aufgaben, also alle drei Monate bin ich in der Theoriephase und alle drei Monate bin ich in der Praxisphase und in der Praxisphase bin ich in meiner anderen Abteilung und kann da verschiedene Einblicke sammeln. Wenn du dein Studium erfolgreich bei e-Poloc absolvieren möchtest, dann solltest du Interesse im technischen Bereich mitbringen, sowie im wirtschaftlichen Bereich und wenn du zudem noch in einem tollen Team arbeiten möchtest, dann bleibe ich jetzt bei e-Poloc. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.